Guten Tag, ich bin Nato. Ich möchte ein bisschen über mich erzählen. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Georgien. Ich wohne in Tbilisi. Meine Muttersprache ist Georgisch. Außerdem kann ich noch Englisch, Russisch und natürlich Deutsch sprechen. Ich bin mal Studentin. Ich studiere Kapgassos Internationale Universität. Meine Fachrichtung ist Internationale Beziehungen. Ich bin freundlich, verantwortlich, fleißig, pünktlich und kreativ. Ich war schon in Deutschland und habe ein Europäisches Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Und dann habe ich als AuPair gearbeitet. Und die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht. In diesem Sommer will ich nach Deutschland fahren und dort arbeiten. Ich finde, das eine sehr gute Möglichkeit für mich ist, weil ich kann mehr Erfahrung nehmen, meine Deutschkenntnisse verbessern, neue Freundschaften machen und Geld für meine Studium verdienen. Ich hoffe, dass meine Videopräsentation Ihnen gut gefällt. Wenn Sie Fragen haben, ich kann gerne Ihnen antworten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.